Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Urlaubsresort mit einem Haufen krankverpflichteter Straftäter aufzubauen, war wohl doch eine scheiß Idee Ich schätze, die Trottel, die es gebaut haben, haben ständig mit dem Begriff Narrensicher um sich geworfen Was ist denn mit den Pennern schon wieder los? Ich habe gemerkt, dass das Rettungsschiff in einer fliegeren Umlaufbahn ist. Sie wollen als Erste da sein Prima, ich habe nichts dagegen, dass sie abgelenkt sind Was ist das? 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 Geh'ein, Sir! ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ich bin ein Spinder! Oh no! Das ist ein Spinder! Oh no! Das ist ein Spinder! Fynnig! Fynnig! Oh no! Fynnig! 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 End, noch zurück! Gah! Fynnig! Fynnig! Das war's für heute. Ich bin mein Mann. Das war's für heute. Das war's. Wir teilen uns auf. Ich geh runter, ihr sichert oben. So erleben wir keine Überraschung. Ich helfe dir. Ich brauch keiner. Ich schulde dir mein Leben. Lass mich an deiner Seite kämpfen. Schön, okay. Wir haben Feindkontakt. Hey, sie kann man nicht zu. Lass mich die Blutwurz zum Todestag. Oh no. Nein! und ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk